Liebe Freunde der Schreibgeräte, heute ein Füllhalter, ein Kalligrafiefüllhalter der Firma ONLINE. Der kommt mit zwei verschiedenen Mundstücken, 0,8, 1,4 und 1,8 mm als Kalligrafieset. Der kommt sogar mit dem Füllhalter-Etui hier als kleines Set. Außerdem habe ich hier noch vier von den normalen Online-Füllfederhaltern mit der normalen Feder für den täglichen Gebrauch. Jetzt betrachten wir das Set aus der Nähe. Wir haben hier ONLINE Germany, hier einige Standard-Tintenpatronen. Und dann haben wir hier die Mundstücke mit 0,8, 1,8 und hier das Mundstück mit 1,4. Im Moment ist es ausgestattet mit einer Universal-Tintenpatrone. Das passt sowohl für LAMI-Füllhalter als auch für die Füllhalter mit der Standard-Patrone. Also hier haben wir das Füllhalter-Etui. Mal sehen, ob der Füllhalter da gut hinein passt. Ja, perfekt, so als Zugabe. Und jetzt noch ein paar Writingsexamples. Wir haben die 1,4-Pin. Und Sie können sehen, dass die Unterschiede zwischen den langen und den langen Längen ist extra ordinario. Das ist der 1,4-Nipp. Das ist der 1,4-Nipp. Sehr gut. 0,8. Das ist mehr für normaler Writings. Die line ist ein bisschen langer. Widest pin. Die 1,8-Nipp. Die 1,8-Nipp. Deine 3,5-Nipp. Das ist der 1,4-Nipp. Das ist noch eine andere Set. Das 1,6-Nipp. Das 1 comes mit 2 Follter-Penn mit normalen Lämonen. Du kannst das nicht sofort ansehen. Hier haben wir uns also das Online-Kalligrafie-Set angeguckt. Das ist wirklich eine sehr gelungene Sache. Hier noch das Etui dazu. Perfekt gemacht. Hier ein normaler Online-Füllfederheil.